Eine kleine Geschichte nach dem Motto Nachrichten aus den bedeutendsten Städten der Welt Quickborn Das Quickborner Sinfonieorchester braucht einen neuen Trompeter Es sind mehrere da, um sich vorzustellen Dirigent ist da das ganze Orchester Kommt der erste reinen langen Ledermantel an Napfall-Leder verkleideten Trompetenkoffer Samt ausgelegt Holt eine silberne Trompete raus und spielt Dirigent sagt Irre, irre, irre Gehen Sie da rüber, es kann nichts mehr kommen, Sie sind der Größte Das gibt's nicht Geht die Tür auf, kommt ein Typ rein Langen Nerzmantel an Krokodilleder verkleideten Trompetenkoffer Seide ausgelegt Holt eine goldene Trompete raus Und spielt Dirigent sagt Glückstag, Glück Zwei an einem Tag Es ist Wahnsinn, es gibt's Setz dich da rüber, es ist irre Geht die Tür auf, kommt ein Typ rein Jeans am Parka Schuhkarton unterm Arm Und so eine Blechtrompete raus Und spielt Eine Scheiße Den haben Sie denn noch nicht genommen Und so ein Typ ist Ich bin ein Typ Und so ein Typ ist Und so ein Typ ist Ich bin ein Typ